Ey, das war schon richtig gut so, also einfach weiter gucken, das muss so sein. Wir müssen mal Livestream machen bei Gelegenheit. Schon wieder? Wir sind schon wieder. Richtig Livestream mit einem richtigen Kanal. Ja? Einen richtig schönen Kanal. Ich habe keinen Demon Tools, keinen Demon Tools Kanal. Ja, zack hat er sich vor heute. Extended Demo Version. Wieso, wir können das, das kann man ja auf YouTube streamen, inzwischen. Ja, stimmt. Hast du recht. Und, ähm, Felix hat auch eine flotte Leitung. Ja, Mike hat, Mike hat auch streamen. Oh, ich habe jetzt heute noch Ambits. Kann ich machen? Ich muss nachladen, so eine Scheiße. Mike, nicht sterben. Das ist mein erstes Ziel, aber irgendwie schaffe ich es wieder nicht. Ich möchte im Übrigen gleich einen Pfeil abschießen, der brennt. Also bitte mich nicht gegen die Wand schießen, äh, schieben. Ja, also, da kann ich jetzt den Druck extra noch 8 geben. Wenn die Kugel mir um die Ohren fliegen, auf einen Pfeil da auch, ne? Nehmen wir jetzt den Bogen raus. Wiese Bogen jetzt. Der brennt, der bringt voll wenig. Ja, ich wollte gerade sagen, der brennt ein bisschen, aber... Doch, der zündet hier alles an. Auch toll, jetzt zündest du hier alles an, ne? Ich bin halt voll der Zündler. Guck mal, ein Zündler. Guck mal, ein Zündler. Ich weiß, wer gleich wieder am Boden liegt. Ja, am Boden leckt. Was lecke ich denn? Hast du doch gerade eben gesehen? Soll ich nochmal T-backen? Hier gibt es im Übrigen Munition. Ach so, das sind die Reparatur, die du vorhin gelandet hast. Okay, jetzt müssen wir hier den Zug ... Haben wir alles? Ne, eins fehlt noch. Okay, das hab ich glaube ich. Dann den Zug und dann den Sigma alle. I saw another train coming. Wo muss ich denn das hinlegen? nh, wo müssen wir das hinlegen? Ach, wo muss ich denn das hinlegen? Da ist noch eins glaube ich. Love train. Wir bilden dann eine love train. Love train. Ja, das hast du gefunden. Ihr schaubt mal, der sieht aus wie Mike vorhin. War es nicht von, dem einen von Franky Goes to Hollywood? Ich seh's, ich seh's immer noch, aber ich komm nicht rein, jetzt hab ich's und da ist es. Jetzt können wir den reparieren. Der hat mir die Augen verblüfft, ich hatte kein Wiel auf. Ach, mit der 4 repariert, Mann. Wir haben uns hier. Wir haben den hoch, hier heißt das. Der weiße Train-Drecks. Genial im Synchron. Ich geh noch ein bisschen mal davor, damit das alles hier so einen Sinn macht. Ich stell mich jetzt einfach vor den Zug und lass mich langsam mitschieben. Ja, die nächste Leiche. Eine tote Leiche. Ganz, ganz wichtig, Zugluft kann tödlich sein. Was ist das denn? Er sah den Zug nicht kommen. Also ich hab morgen, glaub ich, ein steibes Genick bei dem Zug. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Warum wohl? Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ja, weil einer mich reingerannt ist. Ich brenne jetzt im Übrigen auch. Kann man noch schlechter vielleicht machen, also. Ich hab ihn da auch. Was ist denn hier da die Zuglastung? Oh, ich hab Saviour freigeschaltet. Toll. Hilfe, Hilfe. 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 Ich lauf einfach nur in den Bereich her und wir rein gehen. Hinter euch, hinter euch. Das andere, ja. Was hinter uns? Ihr braucht nicht zwei Leute für den Mic. Doch. Das Problem ist, dass wir mal ein anrennen. Einer, der den aufhebt und jemand, der den aufhebt, der Mic aufhebt. Wir seid am Zug. Guck mal, der holt sich aus hier. Ist herrlich, der hat keine Lust. Vorzüglich. 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 Minikill. Minikill. Hinter dir. Mach ein Minikill. Ich hab jetzt richtig festgestellt, beide Waffen, da bevorzuge ich die AK. Also die dicken Dinger. Bin durch, bin durch, bin durch. Ich helfe dir ja. Oh, ich muss rennen. Heilen, heilen, heilen. Schneller, spritz dich schneller. Heilen, man drobe sich wird schneller. Bauer, komm mal, komm mal, ich habe mich, komm mal. Das ist gleiche ich nachvollziehen. Ich habe ein Minikill gemacht, wenn er mit dem Milikill gekilltet. Oh, da. Wir müssen aber junken. Ab und zu den Zug reparieren. Obo aber richtig zügig, du bitte. Oh, oh, wo es dicker. Dicker. Sirius, Herr Schömmrich war, aber Howard Randweil. Ich hab ihn gekillt. mit dem brandpfeil ich bin so gut zünden die idee ich das problem ist nur ich habe gerade einen angespannt und müssen jetzt einfach auch dirus mal abschießen hier bitteschön hier rüber voll die schiebung ja hier die ganzen leichen wie die weggeschoben werden jetzt ist der zug stehen geblieben oder was ja wahrscheinlich mit den reihen weißt du wie der proktologe hinten auch immer rein muss und jetzt bitte mal husten und das ist was anderes ach wie zufällig dass hier so ein gang ist vor dem zugesprengten tunnel und ja wie soll ich vorbei weiter gehen und wie dschungel ich das hier ist und wir durch das ist geil wie dschungel ich k10 voll dschungel ich nur brutal in den gelbstich dass wir so blau gelb gemacht haben ich bin eins da wirklich heraus muss man auch mal rufen weil wir sind im dschungel das geht jetzt schnell wir haben alle eine sniper würde gerne herunterfallen ich sagte auch wir kann man hier runter springen hier das kannst du gerne probieren er geht nicht schon dann habe ich zuerst gesehen mann da müssen alle ziemlich schlechte schützen ach leck mich hier mal alles ob ich ja mal jetzt der hg der alte sniper ich wollte ich eigentlich noch kommen schon nach doch nach treff wollen gar nicht da war kack 1 locker ich habe eingetroffen und es war der herr verzieht sich aber auch beim schießen holen drückst du schiff ja trotzdem vertritt von mir vor allem ich bin so gut gerade neu aber man kann auch zum ja kann man vielleicht wenig schön ins bein geschossen hervorragend e die müssen aber stehen bleiben und treffi sie nicht rpg get down gar nix das gehört nicht die tue hg ist richtig gut muss man fallen auch ich will nicht war gern weiter beheiratet sich das sind die lieben leute er spielt bestimmt mit dem mit dem ort richtig geil japan super gemacht ich möchte jetzt trotzdem darunter springen schaden doch schon kriss cross gonna make you jump ja auch gerade mal hier wenn die machen kommt dann leitmaschinen kann ja ich bin und ich sage schon so ist nicht so serious gerade zwölf minuten auf sendung und wir haben es geschafft zu sehen dass ich nicht sein kann hervorragend was kann ich überhaupt sterben hier kommt man aber ich kann bomben tragen das tue ich ja das hat mir vorher schon die verantwortung tragen ist ich hab's auch warum war so gut kann man ja dann schütze ich mal kann man ja das ist ein paket von dhl das muss ich jetzt weg bringen was wer schießt oder was schießt oder get back to the fight sind wir hier in battlefield oder leute da kommen leute mir entgegen die nicht wie ihr ausseht nämlich leute da kommen leute mit roten mützen schießen auf mich weihnachtsmänner clowns ja weihnachtsmann of death oder weihnachtsmänner die als clowns verkleiden ich bin eine tragende persönlichkeit im übrigen zertragweite also wenn es so weiter geht ist das echte ertrag ja es wird sehr tragisch für mike und von hinten kommt was das war jetzt sehr unheimlich so oh man hecht ich mache heile und tot voll heile heile du bist doch gott zerstört du bist am boden zerstört und dementsprechend kannst du aufgehoben werden sehr gut dein psychologisch an einer arbeit auf der arbeit oder an der arbeit diskutieren wir das noch mal auf der arbeit granate welcher wahnsinniger ich versuche nur irgendwelche sachen in die luft zu sprengen das mache ich für mein neben gern jetzt dangerous vor allen dingen rote autos ja rote autos da kommt auch ein hund ja dann werf ich mal dazwischen rein auch hier sind noch tote lustige sachen die auch vorliegen sniper 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 ich sehe nur das rote ich habe ich 40 schuss genau um den rum pfeffer 5 meter entfernung ich fühle mich voll beschissen neulich beim kacken hinter uns kommt noch was also ich muss das sprengen gehen er wollte in der panzerfaust type lass mich durch ich bin arzt da oben habe ich da oben ich bin durch ich drücke aufs rote knöpfchen das ist wie der präsident steht noch mal auf der drücke rpg 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 boom die granate macht rutschen prozess ne macht sie nicht weil katzi ja behält die welt der naten an aber hallo ah schön weißt du sie was tolle ist ich habe deutschen untertitel mit drin dementsprechend ist das so sie keine bei englischen heute spielen dito war voll krass englisch und deutsch lesen nummer herrn gibt es hier irgendwo munition ja hier moment kommt zu mir hier ist ja munition ja komme zu mir aber schade habe ich alles verkauft ja ja ich finde es ja schon ein bisschen unrealistisch was wir hier spielen da explodieren kleine köpfe keine gliedenmassen fliegen durch die gegend was denkt ihr darüber ich finde es eigentlich sehr unrealistisch dass so viel autonormalverbraucher wie wir hier auf einer insel total rulloren und schüsse einstecken ohne ende ja das ist eher das finde ich eher logisch ja hier ja das ist doch ich finde es nur unrealistisch dass ich so geile brüste habe moment ich muss erstmal die wahre halt ich muss die wahre inspizieren bleiben sie mal stehen bleiben sie mal stehen ja moment hier stehen bleiben halt 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 junge dame wahre inspizieren ja ja das ist ja doch ist ok kann weitergehen also ich finde ich jetzt echt ich fühle mich jetzt echt sexuell belästigt ja ich bin doch einfach eine granate hier aber jetzt als er schott und die granate geworfen ihr säcke ja ich habe noch eine also ich sehe hier meine passion einfach mal kurz aufhören zu schießen und dann ich habe einen daily challenge complete was heißt das ja ist wie in wir ist die sterben heute genau ich habe keine dailies endlich hinter dir in die position kriegst du irgendwelche tokens dann kannst du dir Rüstung kaufen ich habe jetzt irgendwie gerade Spaß am äh am görben ne ach ne ok er wird sterben was ist hinter mir sag das doch on a love train love train ey ich brauche 3 Jahre um die scheiß Droge in meine Vene zu hauen überhaupt nicht alle rennen sie an dem shotgun huschen vorbei ja ich war gerade in Munition holen dann habe ich gemerkt ich hatte es voll reicht es einfach da hier medikill 1 medikill 2 medikill 3 ohne granate der granate war das deine ne meine war das nicht war von mir ich kann nichts aufheben ja was ist das jetzt ah nein ich will das jetzt scheiß shotgun jetzt habe ich schon wieder eine andere waffe wer hat da meine AK genommen mit rotpunkt visieren ah gib her munition hier munition hier ab dann sniper das ist ein dicker ja dann tauscht doch hagi umliegte schrottflinder ja ich will die schrottflinder denn tauscht du es mit der schrottflinde ja hier nehmt die AK ach so ja jetzt nehmt die AK super schieß dir mal bitte ne wir müssen erst waffen tauschen ja ja wie frauen tauscht ich das ja hab's mir auch hast du schon gesehen meine neue Louis Thor Acker ja warte wir werden ja beschossen äh ja macht uns erst mal waffen tauschen also das ist KI vom Feindchen ja dachte es mir gerade Human KI vor allem ja ok ist der Casual jaaaa ok er wird so aus und sterben Achtung ich klarte oh level 2 oh das ist ein dicker das ist ein dicker ein dicker ach da geht es schlimm ich hab's nicht gesehen ich hab's nicht gesehen Sex, Sniper Sniper oben und äh blicker vor euch ja ich auch ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's sexy Schnecke ja ich auch ah das ist die sexy Schnecke gewesen jiiiih neiiiin kein Munds Mundbeatmung oh ich glaub mein Spiel ist abgestürzt nein doch du läufst auf ne Kiste zu und bist in ne Wand verschwunden ja du bist raus aus dem spiel oh das gibt's doch ja gut duhst du zu viel melee kills ja dann äh guck ich mal ob überhaupt ne Aufnahme ins gemacht wurde weil in der Regel hört dann leider Playclore auch auf boah geil hier will ich runterspringen ja dann müssen wir auch mit Zip-Line Far Cry funktion nicht mehr aber mit Zip-Line ich bin jetzt den Wasserfall runtergelaufen oh man kackt noob volle echt total oh geil wie runter ja ich weiß warum es aufgehört hat meine Pressplatte ist voll einmal mit Profis aber es ist genau in dem Moment hat's aufgehört wirklich ja fünf Sekunden später ok dann passt das ja wenigstens ja dann hören wir jetzt auf würde ich sagen oder ja genau schöner Punkt um aufzuhören bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt nackt im Dschungel vier Spasten dann hast du gleich einer davon ist Maik ey deine Mutter ist ne die wurde echt ja also gut tschüss tschüss tschüss